A Plague Tale Innocence Kracher aus dem letzten Jahr Niemand hatte dieses Spiel vorher so wirklich auf dem Schirm. Es wurde entwickelt von einem Studio, das ich vorher auch überhaupt nicht kannte, Asobo Studio und gepublished das Ganze von Focus Home Interactive und zwar 2019 im Mai Es hat sich ziemlich schnell wie gesagt als wahrer Überraschungshit herausgestellt Viele Leute haben es positiv rezensiert, egal ob ja, Professionelle von irgendwelchen Spielmagazinen oder eben auch das Publikum und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns dieses Spiel doch mal an Uns wird ein sehr interessantes Setting erwarten und zwar spielt das Ganze im Frankreich des 14. Jahrhunderts Man kann sich vorstellen, die Pest der Schwarze Tod grasiert in den dörflichen Regionen und auch in den Städten. Überall haben wir es, wie man hier schon sehen kann, mit Rattenplagen zu tun, eine Inquisition die wirklich hart durchgreift ähm, auch nicht davor zurückschreckt, eben infizierte Menschen zu töten, um die Seuche einzudämmen und inmitten dieses Chaos spielen wir ein junges Geschwisterpaar, das aus mysteriösen Gründen, ähm, gejagt wird und wir werden herausfinden was da eigentlich los ist und dafür eine neue Spielbeginn Ich war einmal kurz im Hauptmenü, deswegen hat er mir hier diesen Speicherstand schon angelegt ansonsten ist das Spiel noch völlig ungespielt und deswegen bin ich mehr als gespannt wie sich das ganze spielen wird Es soll wohl so ein bisschen Action-Adventure mäßig sein, wobei das Action wahrscheinlich eher klein geschrieben ist Denn da wir kleine Kinder spielen, beziehungsweise relativ junge Charaktere, können wir jetzt nicht von einem ausgeklügelten Kampfsystem ausgehen oder sowas, aber das muss auch nicht sein, um ein packendes Spielerlebnis zu bieten, denn das Storytelling in diesem Spiel soll fantastisch sein. Audioausgabe, Soundbar, das ist alles normal, äh, Hard-Voreinstellung Standard, das normale Spielerlebnis, alle Anzeige und Oberflächenelemente werden eingeblendet Ich würde sagen, das ist okay, ich meine das ist ja hier sehr, sehr dezent, also nichts, was mich stören sollte Legen wir los Kapitel 1 Das Erbe der Deryns Keine Ahnung, ob man sie so ausspricht Königreich Frankreich Du trödelst, Amicia Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen? Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang Warum hier? Der Baum Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren Den Ritterschlag? Aber du bist keine zehn Jahre mehr, Amicia Auf bitte, Vater Ich hab mich gut darauf vorbereitet In Ordnung Dann mal los Wir spielen also als Amicia Sie ist 15 Jahre alt Und Tochter von diesem Robert Der Rune Der Rune Der Runees Keine Ahnung Hoffentlich wird der Nachname im Laufe des Spiels nochmal irgendwie ausgesprochen Damit ich sehen kann, wie das Ganze funktioniert Wie man das ausspricht Was haben wir da denn hier? Können wir unseren Hund hätscheln? Also grafisch gefällt mir das Ganze auf jeden Fall schon mal Es hat eine schöne Stimmung Genauso wie die musikalische Dezente Untermale Wo genau werden wir jetzt eigentlich hingeführt? Da bin ich mal gespannt drauf Und es soll in diesem Spiel wohl auch Collectibles geben Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich hier schon welche verpassen kann Ich glaube aber So fies ist das Spiel nicht Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da Hier habe ich ihr den Hof gemacht Ja, Vater Ich weiß Wenn sie doch nur mitkommen könnte Vielleicht hat sie die Pest erwischt Wir werden es sehen Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia Du, du weißt in einer Familie Hey Ich versuche dir etwas zu sagen Welch große Autorität, Ritter Der Rune Na los Und bring zur Abwechslung mal etwas zurück Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen Ich verwalte diese Ländereien Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht Von Mutter ganz zu schweigen Hör mal Jetzt sind wir doch zusammen Folge mir, Töchterchen Hey, warte Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei Natürlich Er wird also Der Runen ausgesprochen Also ganz standardmäßig Also dann Und offenbar sind wir adlich Magst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Der Run kennt keine Angst Das Tor der Prüfung Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt Er wird zeigen, was in dir steckt Werter Ritter Wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des Ähm Heiligen Apfelbaums Wurden vom großen Bösen verdorben Wenn du sechs der verdorbenen Äpfel zerstörst Bis ich bis zehn gezählt habe Schlage ich dich zur Ritterin Ich nehme die Herausforderung an Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist Das Erbe der Runes Das finde ich interessant Also das Tutorial mit so ein bisschen Storytelling zu verbinden Um die Charaktere auch kennenzulernen Das ist eine witzige Idee Was haben wir hier? Diese Steine, die wir aufheben können Sechs Stück Alles klar, Pap Halte gedrückt, um mit der Schleuder zu zielen Halte gedrückt, um die Schussbereit zu machen Lass wieder los, um zu schießen Boom Eins Zwei Zwei Drei Vier Fünf Weiter so, Amicia Sechs Sieben Acht Und sowohl aus Amicia eine wahre Ritterin Neun Da Knapp Ich bin wirklich beeindruckt Aber deine Schleuder ist schrecklich laut Er war ein Geschenk Von dir Oh ja Hatte ich fast vergessen Meine Güte Was hat er denn? Oh Er hat wohl einen Hasen gerochen Hinterher, schnell Lauf schon vor Ich komme nach Du bist viel schneller als ich Folge Leon Wirklich einen Hasen Oder etwas anderes Halte zum Rennen Umschalt gedrückt Das ist standardmäßige Steuerung, wie man es kennt Warte auf mich So Leon Ein Jagdhund Darf seinem Jäger nicht davonlaufen Leon Wo ist er hin? Erstaunlich Ich hätte auch nicht gedacht Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut aussieht, ehrlich gesagt Das ist auch, wie gesagt, glaube ich, ein kleines Studio Und trotzdem Was hast du gewittert? Lieber Himmel Ein Wildschwein Braver Hund Wow Hat er was gefunden? Psst Sieh mal Ein Wildschwein Schöne Beute Das reicht für ein kleines Festessen Vielleicht nehme ich meine Schleuder Das könnte funktionieren Aber du musst näher ran Bleib unten und versteck dich im Gras Drücke C, um geduckt zu bleiben und keine Geräusche zu verursachen Und verstecke dich im hohen Gras, um nicht gesehen zu werden Schleiche dich an das junge Wildschwein heran Es trinkt Das ist meine Chance Es schaut aber auf Es ist nah genug Ich muss näher heran Wir haben hier neue Steine Vorsicht Du musst auf den Kopf zielen Ich versuch's ja Ich will den Braten auch Ich weiß Du schaffst das, meine Kleine Da bist du ja Du dich ins Gras Runter Ich würde sagen, von hier aus versuchen wir es Schuss Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha Der Braten ist jedoch noch nicht serviert Nein, 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 nein Schnell, Leon Nicht die Spur verlieren Heute Abend speisen wir wie Könige Das verspreche ich Daran zweifle ich natürlich nicht Nicht aufgeben, Leon Wenn wir so tief in den Wald gehen Ich komme, Leon Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück Werden wir uns ziemlich sicher verirren Ehrlich gesagt Oh nein Meine Füße werden einsinken Okay, da können wir nicht rein Wir müssen einen Umweg suchen Ich hoffe, dass es Wildschwein blut Und nicht von etwas anderem Ich bin mir da nicht sicher Denn die Atmosphäre wird gerade sehr bedrohlich Fliegen Leon Was Was zur Hölle Was für ein monströses Ungetüm kann denn so etwas tun In der kurzen Zeit Oh Gott, der winselt Ich bin hier Ich komme Nein Leon Wer war das? Nein Das sah fast aus wie etwas Übernatürliches Also nichts Gewöhnliches, was wir aus unserer Welt kennen Plague Tale Innocence Ich werde eine Jagd organisieren Geh zu deiner Mutter Ich muss mit ihr sprechen Sie kümmert sich Ganz sicher um Hugo Ja, natürlich Wir können uns jetzt hier ein wenig umsehen Hugo ist unser Bruder Können wir hier vielleicht irgendetwas entdecken? Ich will mich hier wie gesagt auch so mal ein bisschen umschauen Vielleicht auch in den Häusern hier Schweinchen Hallo Umso dramatischer, dass wir dieses Wildschwein gar nicht gebraucht hätten Denn wir leiden ja kein Hunger Die neuen Bolzen müssen warten Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös Einige wurden in der Nacht gebissen Dahinter stecken sicher die Engländer Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben Gebissen Da kann ich rüberspringen Was ist denn hier? Irgendwelche Krüge oder so Nichts Interessantes Da vorne auch nicht Und hier? Bienen Nett Also wir scheinen hier zumindest beliebt zu sein Und keine so verhätschelte Fürstengöre oder sowas Ist ja ganz oft so Dass die ein sonderbares Verhalten an den Tag legen Da bist du ja Ich hab dich überall gesucht Meine Pfeife Drücke I, um mehr zu erfahren Geschenke Amicia hat diese Terrakotta-Pfeife Für ihre erste Jagd von ihrem Vater geschenkt bekommen Pfeifen wurden schon von unseren Vorfahren als Instrumente Und Spielzeuge verwendet So ermöglichten sie zum Beispiel auf der Jagd Aber auch in Kriegszeiten das Koordinieren von Aktionen größerer Gruppen Und interessant, dass das auch das erste hier in der Reihe ist Das heißt, wir haben wohl nichts verpasst Nehme ich mal an Gibt es noch andere Optionsmenüs Also aktuell kann ich nur Dieses Menü öffnen Mal sehen, was da noch dazu kommt Wir werden auf jeden Fall erstmal wieder runter gehen Ich finde auch von den Animationen und so Sieht das eigentlich nicht so aus Als wenn das von einem kleinen Studio mit geringem Budget gemacht worden wäre Also es ist eigentlich alles ganz, ganz gut so Ist echt nicht schlecht Hier ist ein Stück Lambert Er hat gesagt, hinter dem Stall hat er das aufgehängt Aber wo denn Ah, dann können wir hier so ein bisschen üben Gibt es dafür irgendwie extra Punkte oder sowas Ich bin gespannt Und der fürstliche Töpfermeister wird auf jeden Fall wieder einen Tag zu tun haben Wäre ich nur schneller bei dir gewesen Was auch immer dir das angetan hat Ich hätte es getötet Da bin ich mir nicht so sicher Es ist wahrscheinlich besser, dass du nicht da warst Oh, Mademoiselle Amicia Wie war der Spaziergang? Später, Flor Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen Ja, ich werde es ihnen sagen Die Pest Ganz normaler Bediensteter Können wir hier beten? Nimm Leon zu dir Bitte Er verdient einen Platz an deiner Seite Auch wenn er manchmal ziemlich frech ist Ich hoffe, du hast ihn Nicht wegen mir bestraft Das hoffe ich auch nicht Das können wir nicht aufheben Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt Das gute Wetter wird sich nicht halten Der Regen hat schon die Ernte ruiniert Leute verhungern Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein Da hast du recht Unterhält er sich mit seiner Gans? Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle Sie wird sicher keine gute Laune haben Anfälle? Also scheint unser Bruder krank zu sein Hallo? Na, kein Grund in die stille Ecke zu gehen Okay Mit mir will die Gans nicht reden Das ist schade Wir wären sicher gute Freunde geworden Außerdem brauche ich ein neues Jagdtier Ist das das Symbol unserer Familie? Der Baum? Schauen wir uns ein wenig hier um Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen Sogar Kinder Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts Als wären Hunger und Krieg nicht genug Jetzt auch noch Vampire Wir müssen gesündigt haben Um so bestraft zu werden Oh, Mademoiselle Amicia Ich habe euch gar nicht gesehen Hallo Guten Tag Hallo Tja Dann hört mal lieber auf zu lästern hier Aber Vampire Also ich kann mir halt nicht vorstellen Dass das Spiel so in die total übernatürliche Schiene Abdriften wird Dafür ist ja auch das Setting viel zu Ja, ich meine Es ist ein geschichtsträchtiges Setting Ein echtes Setting Von daher Ich bin gespannt Ob das jetzt wirklich was Übernatürliches ist Oder ob das Halt irgendein Tier war zum Beispiel Es ist nichts Besonderes Aber es wird dir schmecken Also mir bestimmt Ich meine, es kann ja zum Beispiel auch sein Dass es Rattenbisse sind Und dass die Ratten quasi Die Pest verbreiten oder sowas Also Ich meine, wir werden es sehen Wir werden sehen In welche Richtung das geht Auf jeden Fall Diese schwarze Schmiere Die wir gesehen haben Im Wald Das war schon beängstigend Da haben wir noch etwas Okay Wohl ein relativ teures Gewürz Zu der Zeit Gewürze sind nur In ganz bestimmten Küchen zu finden Da sie aufgrund ihrer Seltenheit Sehr teuer sind Darüber hinaus Ist die Bevölkerung davon überzeugt Dass die Elemente Einer bestimmten Hierarchie unterliegen Die durch ihre Nähe Zum Göttlichen bestimmt wird Feuer herrscht über Luft Die sich über dem Wasser befindet Das wiederum die Erde bedeckt Gemüse Das im untersten Element wächst Ist demnach für die Ärmsten bestimmt Während Vögel Die am Himmel Ihre Kreise ziehen Normalerweise auf den Tellern Der Adligen landen Das ist ja auch Ein interessantes Konzept Können wir hier auch runter Wir können nicht runterfallen Okay Das ist alles was wir hier sehen können Dann würde ich sagen Gehen wir mal die andere Richtung Gabrielle hat gesagt Unsere Mutter ist oben Teile Unseres Zuhauses Können wir hier auch gar nicht In Augenschein nehmen Ja Madame Beatrice Ich mach das Louise Warst du bei meiner Mutter? In der Tat Möchtet ihr Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig Anweisung von Vater Gut in dem Fall Ich muss euer Zimmer noch richten Ich habe euch übrigens etwas Aufs Bett gelegt Seht es euch an Wenn ihr mögt Oh Danke Das sehe ich mir gerne an Aber zuvor gucke ich mich einmal hier um Das ist mein Zimmer hier Das ist nicht mein Zimmer Das ist wahrscheinlich das Zimmer Meiner Eltern Was haben wir denn da? So eine Klampfe So eine Laute hier Das ist mein Zimmer Der Kamin ist sogar an Ach Leon Was soll ich ohne dich nur machen? Das ist sein Platz gewesen Das Deckchen Das Mutter für mich gemacht hat Als ich noch klein war Ich habe es überall gesucht Danke Louise Ah Sie wollte was sagen Gut darauf auf Handgewebte Deckchen Werden Geiern mit Spitzen verziert Und vorrangig zum Schutz der Tische Von heißen Töpfen und Schalen verwendet Dieses Deckchen ist mit Familienwappen verziert Ein traditionelles Muster Das junge, wohlerzogene Mädchen Zu sticken lernen Ah ja Komisch, dass es unter Kuriositäten Und nicht unter Geschenk Aufgeführt wird Aber Aber na ja Reden wir mit meiner Mutter Und Hugo Oh Mutter Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr, Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst, bleib hier bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Wer ist da jetzt gerade gekommen? Und wo ist unser Vater? Und warum kennen wir unseren Bruder kaum? Warum? Fragen über Fragen. Das Verhältnis zur Mutter scheint jetzt aber auch nicht das Beste gewesen zu sein. Suche Beatrice in Ugos Zimmer. Finde Ugo. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Sie hat wahrscheinlich... Also sie greift wahrscheinlich nach jedem Strohhalm. Ich meine, das ist ja verständlich. Das würde jede Mutter tun. Von dieser Seite aus sind wahrscheinlich alle Türen verschlossen. Ich kann sie ja aufmachen. Wie lange ist er schon hier? Vier Jahre? Fünf? Na, vermutlich fünf. Also er ist fünf Jahre alt, unser Bruder. Wo ist er? Ugo? Wirklich? Wo ist er? Und warum ist sein Zimmer so viel größer als meins? Ich wette, er hat sich hinter... Hinter seiner... Oder in seiner Ritterburg hier versteckt. Guck mal. Aber klar, da ist er doch. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wie... Ihr kennt uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Signor Nikolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsuch das Haus. Komm her, Ugo. Ugo, komm her. Was ist denn? Pst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Ich bin's. Schleib unten. Ugo, ich bin's. Gabrielle. Komm schnell her. Hey, du. Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Schnapp dir den Ruhr. Keine Klappe. Er gehört der Inquisition. Oh nein. Näher. Litt auf. Na, schlägt noch einen. Alter. Das wird dich leeren. Nein. Ich leere euch an. Ugo ist nicht hier. Hey, du. Komm schon. Ich sag es nicht noch ein. Halt. Nein. Ugo, zu Ruh. Warum wollen sie meinen Bruder? Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Wenn sie noch lebt. Wenn sie überhaupt noch lebt. Oh mein Gott. Luis. Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Alter, ich habe... Wir müssen... Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut. Lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. Du steckst. Du wirst die Augen warten. Nein. 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 Nein, Amicia. Wir müssen... weitergehen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon. Muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Mein Appletrice ist ein guter Mensch. Gut. Wir müssen weitergehen. Bring das hier zu Ende. Oh Gott. Das ist ja grausam. Gibt es hier irgendeinen Ausgang? Hier. Hier. Sie lebt. Sie lebt. Sie lebt tatsächlich. Das hätte ich nicht erwartet. Was könnten sie mit unserem Bruder wollen? Das ist die Frage. Und folge mir. Aber leid. Ja? Ja. Ja. Ja.